Als Manuel Hobiger die traurige Nachricht vom Tod Klaus-Otto Nagorsnicks erhielt, konnte er seine Gefühle nicht unterdrücken. Die Tränen flossen weiter, sein Herz schien gebrochen zu sein, er glaubte nicht an die Wahrheit, die sich vor seinen Augen abspielte. Klaus, die Person, an die er so viele Erinnerungen hatte, ist für immer verstorben und hat einen unvergesslichen Moment der Trauer hinterlassen. Klaus-Otto Nagorsnicks, der berühmte deutsche Quizspieler und Bibliothekar, hinterließ tiefe Spuren in der Community und in den Herzen derer, die ihn kannten. Seit seinem Beitritt zum Deutschen Quizverband im Jahr 2013 hat Klaus an zahlreichen nationalen und internationalen Wettbewerben teilgenommen und die Wettbewerbsatmosphäre mit seiner Intelligenz und seinem Einblick bereichert. In seiner Rolle als einer der, Verfolger, in der berühmten Quizshow, gefragt, gejagt, erregte Klaus-Otto Nagorsnicks, die Aufmerksamkeit und Zuneigung des Fernsehpublikums. Mit dem Spitznamen, der Bibliothekar, ist er mit seinem eleganten Bart, seinem Mantel und seiner Fliege ein Inbegriff der Intellektualität. Statistiken zeigen, dass Klaus-Otto Nagorsnicks nicht nur ein hervorragender Spieler, sondern auch ein erfolgreicher Mann in seiner Karriere ist. Bei 105 Auftritten in der Show gewann er 69 Mal, was einer Erfolgsquote von bis zu 66 Prozent entspricht. Auch wenn der Betrag von 5.456 Euro pro Auftritt vielleicht nicht so hoch ist, wie bei einigen anderen Verfolgern, ist das für Klaus nicht wichtig. Manuel und diejenigen, die Klaus kannten, werden sich für immer an ihn, seine Intelligenz, seinen Humor und seinen unerbittlichen Kampfgeist erinnern. Klaus-Otto Nagorsnicks wird uns für immer in Erinnerung bleiben und in unserer Erinnerung weiterleben. Manuel Hobigers Gefühle konnten nicht in Worte gefasst werden, als er die Nachricht vom Tod von Klaus-Otto Nagorsnicks erhielt. In seinem Kopf waren die Erinnerungen an Klaus wie ein ständig fließender Strom voller Erinnerungen und Emotionen. Klaus-Otto Nagorsnicks ist nicht nur Freund und Mitspieler im Quizspiel, sondern auch Lehrer und Lebensbegleiter. Das Bild von Klaus ist in jedem Spiel, in jeder Frage und in jedem Moment der Erwartung und Aufregung immer präsent. Mit dem Tod von Klaus-Otto Nagorsnicks verschwand ein Teil von Manuels Leben, sowie ein Teil seiner Leidenschaft und Freude. Aber auch wenn er diese Welt verlassen hat, werden Klaus, Geist und Erinnerungen in den Herzen derer weiterleben, die ihn kannten und liebten. Klaus-Otto Nagorsnicks ist vielleicht nicht mehr da, aber sein Erbe und sein Geist werden in Quissen, schwierigen Fragen und schönen Erinnerungen weiterleben. Manuel und die anderen werden das Bild von Klaus, einem Freund, einem Lehrer und einem wahren Bruder, immer in ihren Herzen behalten. Manuel zögerte, als ihm klar wurde, dass die Todesursache von Klaus-Otto Nagorsnicks noch unklar war. Gefühle der Unsicherheit und Angst blieben in seinem Kopf, da ein Teil der Geschichte unvollendet blieb, was den Verlust noch schwerer und inakzeptabler erscheinen ließ. Die Ungewissheit über Klaus' Tod macht Manuels Gefühle noch komplizierter. Die Traurigkeit und der Schmerz eines Trauerfalls betreffen nicht nur den formalen Verlust, sondern auch das Unbekannte und den Unglauben darüber, was tatsächlich passiert ist. Manuel fühlt sich zweifelnd und unsicher und möchte Antworten auf Fragen, die unbeantwortet bleiben. Er war untröstlich, weil er die Angst und Anspannung in seinem Herzen nicht vollständig lindern konnte. Obwohl Manuel die Todesursache von Klaus nicht genau kannte, beschloss er, die schönen Erinnerungen und Gefühle seines verstorbenen Freundes zu bewahren. Er hofft, dass die Tiefe und Bedeutung von Klaus im Leben eines jeden für immer erhalten bleibt und nie verloren geht, egal wie lange die endgültige Antwort auf sich warten lässt. Manuel ist der Ansicht, dass der Mangel an Antworten zur Todesursache von Klaus Otto Nagorsnicks die Akzeptanz und Aufklärung schwieriger denn je macht. Jeden Tag, der vergeht, steht er vor einem inneren Kampf zwischen dem Weiterleben und dem Ergreifen von Maßnahmen, um die Wahrheit zu erfahren. In diesen stillen Momenten, in denen Manuel sich an Klaus und die gemeinsam verbrachten Momente erinnerte, verspürte er schmerzhafte Nostalgie. Die Frage beschäftigte ihn immer wieder, warum, was ist passiert? Trotz der Unsicherheit und der anhaltenden Angst hörte Manuel nie auf, an die Werte und den Geist zu glauben, die Klaus mitbrachte. Er weiß, dass die Freundschaft und die Erinnerungen an Klaus, auch wenn es keine Antwort gibt, immer bleiben werden, eine Quelle der Ermutigung und Kraft für das nächste Leben. Manuel beschließt, dass er nicht aufgeben und nicht aufhören wird, nach Antworten und Gerechtigkeit für Klaus zu suchen. Er weiß, dass trotz der Schwierigkeiten und Herausforderungen des Lebens der Respekt und die Erinnerung an Klaus für immer in den Herzen aller weiterleben werden. Manuels Herz fühlt sich angesichts des Verlusts und der Unsicherheit sehr schwer und unbehaglich an. Jeder Schlag erinnert mich an Klaus, an die unvergesslichen Momente und lustigen Streiche, die sie zusammen verbracht haben. Klaus ist nicht nur ein Freund, sondern auch ein Lehrer, eine Quelle der Ermutigung und des Mitgefühls für Manuels Leben. Auch wenn Klaus nicht mehr da ist, leben seine Freundschaft und sein Geist in Manuels Herzen und Gedanken weiter. Manuel weiß, dass Klaus immer ein untrennbarer Teil seines Lebens sein wird, egal was passiert. Die Erinnerungen an ihn werden weiterleben und ihn in schwierigen und traurigen Zeiten ermutigen. Klaus wird Manuel immer ein verlässlicher Begleiter und vertrauenswürdiger Partner sein. Manuels Herz hält immer noch einen endlosen Moment für Klaus bereit, mit Erinnerungen und Gefühlen, die nicht verschwinden können. Jeden Tag ist Klaus in Manuels Leben präsent, mit kleinen, aber bedeutungsvollen Gesten, wie dem Betrachten eines Fotos, dem erneuten Lesen von Nachrichten oder dem Erinnern an Gespräche. Egal welche Herausforderungen auf Manuel zukommen, er weiß, dass Klaus Einfluss und Stärke bestehen bleiben und ihn bei jeder Schwierigkeit ermutigen und unterstützen werden. Durch die Beibehaltung der Werte und des Geistes, die Klaus vermittelt hat, kann Manuel seinen Weg weiterhin mit Zuversicht und Glauben gehen. In jedem Atemzug, in jeder Handlung bleibt Klaus ein untrennbarer Teil von Manuels Leben. Er wird für Manuel immer ein Freund, ein Lehrer und eine ständige Inspirationsquelle sein, mit einer ewigen Präsenz in seinem Herzen und Geist. In diesen stillen Momenten, während die Herztrommel Rhythme schlug, spürte Manuel deutlich die ewige Präsenz von Klaus in jedem Aspekt seines Lebens. Obwohl Klaus nicht mehr da ist, leben seine Freundschaft und sein Einfluss weiter, wie eine Flamme, die immer noch in der Dunkelheit flackert. Voller Dankbarkeit und Respekt beschloss Manuel, Klaus zu einem festen Bestandteil seines täglichen Lebens zu machen. Die Werte, die Sorgfalt und die Leidenschaft, die Klaus vermittelt hat, werden für Manuel immer eine Quelle der Inspiration und Ermutigung sein. Manuel weiß, dass seine spirituelle Präsenz auch ohne Klaus an seiner physischen Seite in seinen Handlungen und Entscheidungen weit erlebt. Jeder Schritt, jede Anstrengung und jeder Erfolg ist eine Möglichkeit, das Andenken an Klaus zu ehren und sein Erbe zu bewahren. Dank der Dankbarkeit und der unerschütterlichen Ermutigung von Klaus wird Manuel weiterhin ein sinnvolles und strahlendes Leben führen und die Werte und den Geist mit sich führen, die er von seinem großartigen Begleiter gelernt hat. Klaus wird immer und ewig ein untrennbarer Facebook-Gruppen zu dem Thema, aber das wissen Sie wahrscheinlich selber als Ehrenamtliche. Wenn man da versucht, in so einer ehrenlangen Facebook-Timeline was rauszufinden, was zum Bedarf von einem passt, das ist auch sehr, sehr mühsam. Der nächste Schritt war dann zu sagen, es gibt hier einen Bedarf, die ehrenamtlichen brauchen einen gewissen Überblick, ein bisschen Best-Tractice-Beispiele, Unterstützung beim alltäglichen Arbeiten mit der Zielgruppe Geflüchteten. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Partnern, die mir helfen können, so etwas umzusetzen, weil ich weder Experte in Migration noch im Themenbereich Geflüchtete bin oder schon gar nicht im Vergleich Sprachunterricht. Ich bin Erwachsenenpädagogin, bin sehr allgemein Schwerpunkt auf Berufsbildung und Ausbildung, also auf Weiterbildung vor allem. Und bin dann auf die Frau Guttel gestoßen, die öfter schon die DAF-Webcon gemacht hat und habe mich mit der dann sozusagen in Wien mal subversiv getroffen und gesagt, wie schaut es dann aus? Ich habe da ein Problem, hätten Sie eine Idee? Und natürlich hatte die Angelika eine ganze Menge Ideen, das war ein sehr spannendes erstes Treffen und sozusagen der Startpunkt für dieses Projekt. Wir haben dann zusammen eine Art Projektantrag geschrieben, den hier in der Stiftung eingereicht, der ist bewilligt worden. Und dann sind wir, glaube ich, im November 2016 sowas losgelaufen mit der Produktion der ersten Inhalte und sind jetzt heute an dem Punkt, wo wir jetzt sind, sodass diese Sprachbegleitung einfach machen wird, sie abgeschlossen ist, was mich total freut. Vor allem auch, dass das sehr positive Nutzerfeedback, was zeigt, dass wir genau das getroffen haben, was gebraucht wurde. Sicher könnte man noch mehr machen, aber das Projekt, wie wir es gemacht haben, ist jetzt leider dann auch zu Ende. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn andere Projekte oder so da noch Sachen beitragen. Die Möglichkeit, Sachen auf BB-Web zu veröffentlichen, steht jedem offen. Und wir würden uns freuen, wenn das Sprachbegleitung einfach machen, auch als so ein Anstoßpunkt dient, BB-Web auch für Sie als Community besser zu nutzen. Wenn Sie ein gutes Projekt haben, dazu einen kurzen Artikel schreiben wollen, wenn Sie mal für ein Erfahrungsbericht interviewt werden wollen oder eine Buchrezension schreiben wollen über ein tolles Lehrbuch, dann gibt es jetzt hier einen Ort, wo Sie das auch anderen online zur Verfügung stellen können. Und da würden wir uns sehr freuen und dann wird es auch in einer gewissen Weise weiterleben. Es ist natürlich jetzt sozusagen für die nächsten fünf bis zehn Jahre auf jeden Fall online und wahrscheinlich auch drüber hinaus. Und dann möchte ich einfach nochmal herzlich bedanken bei Angelika für die tolle Mitarbeit an dem Projekt, für die tollen Konzepte, die du auch entwickelt hast und hast mit Ehrenamtlosen. Und ganz großer Dank auch an das DEE, die eben uns BB-Web für so ein Sonderprojekt zur Verfügung gestellt haben. Sonst hätten wir da keinen passenden Ort online gefunden. Und die Redaktion bei WB-Web, die auch ganz viel Arbeit in die Veröffentlichung der Inhalte gesteckt hat, vor allem die Susanne Witt, aber auch Regina Kahle und die anderen im Team. Genau, und damit sozusagen zum Hintergrund, wie kam es zu diesem Projekt, wie haben wir uns gefunden, warum sind wir jetzt hier. Genau, und dann übergebe ich an Angelika. Ja, ich hoffe, es funktioniert auch und ich bin zu hören. Ja, gut. Herzlichen Dank, Monika. Aber ich muss den Dank natürlich an viele, viele andere weitergeben. So ein Projekt funktioniert nicht mit einem alleine oder mit einer alleine. Ich möchte ganz kurz auf die Ziele des Projektes kommen. Also eine der Hauptmitarbeiterinnen ist die Lotte Kahle.